Das ist Sabrina. Jetzt kannst du dich drehen. Guten Morgen. Du bist heute zum ersten Mal und du bekommst heute Rassasöpfe in so deiner Haarfarbe. Das sind verschiedene Blumptöne und das zeigen wir dann, wie es geworden ist. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Wird bestimmt super. Und du hast unsere Anzeige in Litfaßsäule gelesen. Genau, richtig. Schön. Das gibt es auch ab und zu mal. Nicht nur Internet, oder? Ja, richtig. Also es geht auch noch auf die alte Art und Weise. Ja, schön. Okay. So sieht die Tabrine aus. Strahlig, strahlig. Schön. Sieht super aus. War wunderschön. Es gab auch Mittagessen. Es hat gekocht. Es war sehr lecker. Ihr braucht nur wegen dem Essen kommen. Das lohnt sich schon. Nein, also ich bin super zufrieden. Ja, schön. Ja, danke. Und bis nächstes Mal, Sabrina. Bis zum nächsten Mal. Hat Spaß gemacht, mit dir auch den Tag zu verbringen. Ich fand's auch toll. Okay, mach's gut. Tschö. Tschö.